Wer hat Interesse an deiner Person? Es ist unabwendbar, etwas unabwendbar, dass du als jemanden, der ist in der Position oder feindlich gesinnt, dir gegenüber. Nicht wohlgesinnen und die Person ist ziemlich erfahren, lebenserfahren und hat Weisheit und Intelligenz zu, dir eine unangenehme Situation zu machen. Bitte schau, ob du gehst in Resonanz. Warum wirst du, erhältst du sozusagen, warum diese Person Interesse hat an dir? Hier geht es um deinen Erfolg, deinen Wachstum. Hier wird Erhöhung von etwas stattgefunden sein. Das kann spiritueller Wachstum sein, geschäftlicher, finanzieller oder ganz einfach, du dein Leben voranbringst und dass es der Hintergrund ist, Neid, warum diese Person ist dir gegenüber negativ und dich beobachtet und Interesse an dich hat.